Das Architektenkontor Faller & Krück plant und realisiert Projekte in Deutschland und im angrenzenden europäischen Wirtschaftsraum. Hierbei liegen die Schwerpunkte sowohl im Bereich der Bauwerke für Handel und Gewerbe als auch im Wohnungsbau und der Planung von Sonderbauwerken. Das Wohnungsbauprojekt Letzter Hasenpfad besteht aus drei Häusern mit je drei Wohnungen und insgesamt ca. 1500 Quadratmetern Wohnfläche. Das Architektenkontor Faller & Krück übernahm hier die komplette Planung und Ausführung.